Ich will wissen, wie wir soziale Ungleichheit verringern und so Zukunft lebenswert gestalten können. Gute Betreuung und Bildung sind Chancen für eine gerechtere Gesellschaft. Ich möchte die verschiedenen Dimensionen von Armut verstehen, um Lösungen zu finden, die wirklich etwas verändern. Ich bin überzeugt, dass wir nur gemeinsam ein nachhaltiges Zusammenleben erreichen können. Sozialpolitische Herausforderungen sind sehr divers. Genauso divers wie die Studierenden und der Studiengang. Egal, ob du dich engagierst oder nicht, das, was uns vereint, ist die Motivation, sozialpolitische Herausforderungen anzugehen und gemeinsam Lösungen für eine bessere Zukunft zu entwickeln. Mir ist es wichtig, die sozialen Sicherungssysteme solidarischer zu gestalten und dabei die globale Dimension mitzudenken. Für die Probleme dieser Welt brauchen wir globale Lösungen, die ethisch vertretbar sind. Im Studium Nachhaltige Sozialpolitik lernen wir, diese interdisziplinär zu entwickeln und kommunikativ zu vermitteln. In meinem Engagement habe ich mich oft gefragt, wie sich die ökologische und die soziale Dimension von Nachhaltigkeit verbinden lässt. Und hier in meinem Studium lerne ich jetzt komplexe Fragestellungen wie diese interdisziplinär anzugehen und Sozialpolitik aktiv und nachhaltigkeitsorientiert zu gestalten. So vielfältig neue Herausforderungen sind, sind es auch die Wege, mit diesen umzugehen. In meiner Freizeit engagiere ich mich für mehr Gleichberechtigung und für gelungene Integration. Auch das Studium vermittelt mir die nötigen Fähigkeiten, um mich später im Beruf für sozialpolitische Belange und innovative Herangehensweisen einzusetzen und so Transformation aktiv mitzugestalten. Die Klimakatastrophe und weitere Krisen sorgen für enormen Veränderungsdruck und gefährden den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Diese große Transformation, die vor uns steht, darauf wollen wir unsere Studierenden vorbereiten. Die Interdisziplinarität des Studiengangs Nachhaltige Sozialpolitik macht ihn sehr gut anschlussfähig an viele Masterprogramme im In- und Ausland, aber auch die Berufsaussichten sind exzellent. Die Studierenden werden gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, weil vor allen Dingen auch dieser Bereich Nachhaltigkeit boomt. Auch wir hier im BIP werden diesen Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbauen und da könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass wir auch auf die Studierenden dann zurückgreifen. Unabhängig davon, ob du engagiert bist oder nicht, wichtig ist, dass du an sozialen und gesellschaftlichen Fragen interessiert bist. Wenn du Zusammenhänge verstehen und den Status quo verbessern möchtest und natürlich mit tollen Leuten studieren willst, dann bist du im Studiengang der nachhaltigen Sozialpolitik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg genau richtig.